Musik Habe derde und Servus zu einer neuen Folge von Vivala Movie-Lusion, der Podcast. Und heute geht es mal nicht um einen Film oder wieder mal nicht um einen Film, denn wir sind zu einem Filmfestival eingeladen worden und zwar zum Fright Nights Festival in Pasching bei unseren Lieblingsösterreichern, Nachbarösterreichern, so rum, scheißegal, auf alle Fälle waren wir ja leider nicht persönlich vor Ort, das hat uns alle nicht hingekaut, aber die waren so nett und haben uns Online-Zugänge eingerichtet und mit mir im Online-Festival dabei war der Korbi und der ist auch heute dabei. Ja, ja, schön. Ich habe die Freude mit dir dieses wunderbare Horror-Festival Revue passieren zu lassen und ja, eigentlich haben wir es ja Mike zu verdanken und der hat wieder irgendwas mit seinen Kindern und sagt dann deswegen, ah Jungs, dann macht es ihr, es tut einem so leid, aber dann macht es ihr. Seit wann Kinder eben so wichtig sind, ich verstehe das alles nicht. Ja, ich habe eh gedacht, also das dauert genauso lange wie beim Hund, der wird innerhalb von einem halben Jahr fast schon ausgewachsen und dann… Ja, und dann musst du eigentlich schon neu erhalten, oder, weil das nicht mehr schön ist. Aber ich weiß auch, wie tust du das, wenn er dann größer ist, das ist ja nicht mehr süß. Wir schauen eh mal, dass er in so eine Box reingeht. Ach, da wo du mit dem Fuß dagegen trittst, oder? Nein, ja, also früher war es die Babybox, wo man mit dem Fuß dagegen tritt, jetzt ist praktisch die, nein, du darfst nur eine Wachsenbox und da wächst du dann normalerweise jetzt nicht mehr. Ach, das ist schön, wenn man es klar halten kann. Ja, genau. Das ist schön. Wobei es bei menschlichen Kindern, glaube ich, gescheit ist, wenn die größer werden, weil die sind ja so dämlich, wenn sie klar sind, die kennen ja nichts selber. Wie man eh schon mal gehört um das Thema, dass sie nicht mit einem blenden Kopf halten können, ohne dass sie sich knackbrechen. Das ist Ansichtssache. Also ich glaube, wenn man jetzt mal schaut, dass Babys wahrscheinlich bessere Click-Rates haben auf YouTube, wie irgendwelche anderen Deppen. Ja, das ist wieder eine andere Schiene, eine Influencer-Karriere von Babys. Aber leider, was heißt leider, Gott sei Dank habe ich keins. Nicht bewusst, du musst sagen, nicht bewusst. Sollte ich irgendwo ein Kind haben und das macht Fett Kohle über YouTube-Klicks, dann werde ich gerne diese Vaterschaft anerkennen, ansonsten haut es ab von mir. Ein Riesendanke geht auf alle Fälle gleich am Anfang mal raus an das Fright-Nights-Team und ich persönlich war in Kontakt mit der Chiara. Vielen Dank, dass ihr uns da die Zugänge eingerichtet habt und ich würde sagen, wir legen uns einfach mal los über die Filme, die wir gesehen haben. Es sind sehr viele Kurzfilme dabei gewesen und wir dürfen es jetzt nicht aufteilen. Zuerst, dass wir kurz über die Langfilme reden, dann über die Kurzfilme und der Corby fängt an mit seinem ersten Langfilm, den er gesehen hat und über den er berichtet möchte. Natürlich, mache ich ja sehr gerne und zwar Shifted, habe ich gesehen, ein kanadischer Film, wo eine Seuche ausgebrochen ist und Zombies umeinander stapfen und ein paar Leute in einem Haus miteinander ums Überleben kämpfen. Den habe ich auch gesehen. Und was sagst du, hat er dir gefallen? Nein. Warum? Ich weiß nicht, das war mir, da passiert irgendwie die ganze Zeit nichts. Er hat zwar, sage ich mal, die Atmosphäre hat er einigermaßen gut aufbauen können, es war schon die ganze Zeit recht düster und ein bisschen beklemmend, aber am Ende von dem Film hat man dann gedacht so, naja, irgendwie war mir das jetzt alles jetzt wenig. Es rührt sich glaube ich gerade so die letzten 20 Minuten, dass sich wirklich was rührt. Ja, der gleich in die Vollen geht. Der startet ja gleich mal mit einem sauberen Kill und natürlich am Kill, wie soll es anders sein, mit einem Keramikteller oder einer Keramikschüssel, ich weiß nicht mehr ganz genau, weil ich mir dann gedacht habe, ob Keramik tatsächlich einen menschlichen Kopf so trennen kann. Ist ja schön durch den Mund gegangen, oder? Da hast du so die Kopfschwachstelle. Ja, genau. Das könnte gehen mit genug Kraft, einem richtigen Eintrittswinkel. Okay. Dann könnte es hier, und das ist ja dann auch so dieser verrückte Twist, den man am Schluss noch gehabt hat. Ja. Aber, wie gesagt, dieser Kill zuerst einmal habe ich auch gedacht, war leck, geht ja gleich mal geil ab am Anfang und dann guckt er halt so dahin und am Ende ist dieser pseudo überraschende Twist, weil ich denke, ja, der reißt jetzt auch nicht für mich aus, so in dem Ganzen, nein, war nichts für mich. Ja, okay. War nichts für mich. Tut mir leid. Ich muss sagen, ich habe mir gedacht, vielleicht wenn er ein bisschen anders geschnitten wäre, also so vom Aufbau her, dass er dann vielleicht auch anders wirkt, weil so ein Moment das, was mich halt gestört hat, waren immer wieder diese Rückblenden und dann mit diesem Drama im Drama und irgendwann kennst du dir dann selber gar nicht mehr so richtig aus. Du wirst überhaupt nicht abgeholt, was eigentlich da draußen los ist und naja. Ja, das war alles irgendwie, irgendwie war der Fokus falsch bei dem Film. Lustig habe ich die Tür gefunden von dem Haus, die ist zum einen in manchen Situationen sehr leicht auftretbar und in anderen Situationen aber so extrem stark, wenn sie zwei Leute dagegen druckern und das reicht aber dann auch. Also, beut das Ding im Schloss ist, kämen keine Zombies mehr rein, das habe ich geil gefunden. Ja, die Tür legt sich halt auch aus, wie sie es braucht, so wie wir es mir immer machen. Ja, genau. Hast du den All Your Friends Are Dead gesehen? Nein, den habe ich nicht mehr geschafft. Ach scheiße, weil den habe ich leider auch nicht geschafft, das sind nämlich dieser Dead Bride und der All Your Friends Are Dead, sind die einzigen zwei Langfilme, die ich nicht geschafft habe, von denen die uns online zur Verfügung gestanden sind. Sag uns mal, was der Mike auf Letterboxd zu All Your Friends Are Dead gesagt hat. Also, All My Friends Are Dead, so heißt es nämlich richtig. Ah, okay. Ich habe ihn nicht gesehen, ich kann es nicht wissen. Ist von Mike mit 1,5 Sternen bewertet worden, von 5. Oh. Und hat gemeint, dass der leider unglaublich träge inszeniert worden ist und sich in unzähligen Dialogen verliert. Aber klar, der Mike ist da immer auf Slash raus und hat dann als Fazit gemeint, eine Horrorkomödie, die einfach nicht zünden will. Ja, aber wir wissen ja, dass der Mike einen scheiß Humor hat, also hätte er von uns wahrscheinlich 4,5 von 5 gekriegt. Okay. Na gut, sagen die zwei, die sehr unterschiedlich Tor viel bewertet haben, alles klar. Ach stimmt, du hast ja noch einen größeren Scheiß Humor als der Mike, stimmt. Dann hätte er von mir 4,5 gekriegt und von dir, du hättest es wahrscheinlich einfach nicht verstanden und hättest dann gar keine Bewertung abgeben können. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht mal gefunden auf der Box, richtig. So ist das. Aber ich schaue mir das auf alle Fälle noch an und je nachdem, ob es bei mir auch so Richtung 1,5 geht, nehmen wir vielleicht den 2,5 mit. Ja. Holy Shit, beziehungsweise Ach du Scheiße. Oh ja. Da haben wir aber eine extra Folge drüber gemacht, deswegen hört es euch da an und ich glaube, wir reden wir eh später ganz kurz dann nochmal über Ach du Scheiße. Genau und den kann man sich auch immer wieder anschauen, aber wie der Korbisch schon sagt, da gibt es eine extra Folge, baut euch die ein. Da haben wir nämlich ausführlicher über Ach du Scheiße, an Lukas Rinker sein, die B-Film gelabert. Die B-Film, genau. Die B-Film. Trotzdem habe ich nochmal angeschaut, weil ich immer wieder, wenn ich die Möglichkeit habe, dann haue ich mir Ach du Scheiße ein. Ja, bevor ich jetzt alles raushaue, was ich gesehen habe, was hast du sonst noch so gesehen an Langfilmen? Apps habe ich mir angeschaut. Nein, mit dem wollte ich gerade weitermachen. Schau, dann sage ich jetzt, ihr habt mir dann Apps angeschaut. Hast du auch Apps angeschaut oder dir? Ich habe mir auch Apps angeschaut. Ich habe mir schon gedacht, wo ich den Titel laut ausgesprochen habe, oh mei, das ist wieder Apps für die Folge. Das ist ein ganz Apps, gell? Ja, schon. Das ist ein ganz Apps. Und bei dem Film muss ich ja sagen, das war ein ganz Apps, weil der hat mir Spaß gemacht. Der hat mir auch Spaß gemacht. Der Film kommt aus Chile und ist aufgebaut wie unser geliebtes VHS mit Episoden. Und wer liebt es nicht, Episoden über Apps zu sehen? Nein, genau. Das war ein cooler Episodenfilm mit vier Filmen, vier Parts. Den einzigen, der mir nicht so abhalten konnte, war der zweite Part. Und es geht bei jeder, wie der Titel schon sagt, bei jeder Episode geht es halt um irgendeine App. Und es läuft halt meistens nicht so gut aus für unsere Protagonisten in den Filmen. Was war denn deine Lieblings-Episode? Die dritte. Also ich hätte jetzt gesagt drei, eins, vier und auch drei. Wobei ich sage, nein, sorry, das letzte ist nicht drei, sondern zwei. Die drei hatten wir schon. Du bist wieder Schwarzenegger als Präsident bei den Sommissen. Ich nehme die drei. Die hatten wir schon. Ich glaube aber, du hast gerade dem zweiten Part, genau so wie ich, ein bisschen Unrecht, dass das im Kino ganz anders wirkt, wenn du da diese Soundkulisse dann nochmal anders wahrnimmst. Das kann es sein, ja. Zur Erklärung, im ersten Filmchen geht es so um ein paar Arschlöcher, die zwei Mädels zu einer vermeintlichen geheimen Party locken und eine von den beiden vergewaltigen wollen. Und das geht aber gewaltig nach hinten los, weil die sie als Opfer ausgewählt haben. Die kann sich auf einmal verwandeln in ein, weiß ich nicht, was war denn das? Ein Wehrwolf? Nein. Hat sie die überhaupt verwandelt? Die ist doch einfach nur narisch gewesen, oder? Nein, nein, die hat doch dann, glaube ich, so Pusteln am Rücken gekriegt und ich glaube schon, dass die sie leicht verwandelt hat. Jetzt pass mal auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil das ist der, den ich als erst gesehen habe, das ist nämlich jetzt auch schon länger her, dann ist die schon mal Opfer gewesen vor Epsilon, das war ein Narben, oder? Nein, 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 nein. Die kann im Dunkeln sehen, die kann doch im Dunkeln sehen. Ja, genau, das weiß ich noch. Und dann weiß ich noch, dass in dem Bad hat sie sich ja dann, hat man dann ihren Rücken gesehen und ich habe irgendwie in Erinnerung, dass das Narben waren. Ich glaube nicht. Also, mach nicht meine Vorstellung kaputt, dass die sie in irgendwas verwandelt hat, das fand ich nämlich cool. Okay, passt. Dann im zweiten Part geht es eben um diese besaugte Soundkulisse, da lädt sich jemand so eine Spion-App runter und spioniert seine ganze Nachbarschaft über die Töne aus. Also, der hört sich das im Prinzip auch, was so rund um ihn passiert und ist dann da auch was auf der Spur? Die dritte Episode, die war am verrücktesten und hat die meisten Splatter-Effekte drin gehabt. Darum ist es unsere Lieblings-Episode. Richtig. Was ist das? Ein Roadtrip, der gewaltig nach hinten losgeht und bei so einer kleinen Sekte endet. Voll cool. Der hat mir echt am meisten Spaß gemacht. Ja, vor allem, weil der irgendwie von Szene zu Szene nur mal eins draufgesetzt hat. Ich glaube, die haben den gedraht und dann haben sie gedacht, ja, okay, und die killen jetzt die ganzen Kids. Nein, 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 wir bauen das jetzt langsam auf, aber ganz langsam, da wird es richtig crazy. Das Einzige, was ich anreiten muss, ist das mit den Effekten. Da haben sie ab und zu Computer-Effekte drin. Man sagt halt, das ist halt alles immer ziemlich Low-Budget gewesen. Und dann hat man sich dafür entschieden, Computer-Effekte damit einzubauen. Und bei Low-Budget-Filmen Computer-Effekte geht überhaupt nicht. Das ist fruchtbar. Rätst du immer noch von der dritten Episode, oder was? Vor allem bei der dritten und dann auch bei der vierten, die Feuer-Sachen, das sah alles so schlecht ausgeschaut. Da wäre es besser gewesen, wenn sie es vielleicht einfach off-screen gemacht hätten. Da hätte es, glaube ich, wesentlich besser gewirkt. Also für das, wie es rübergekommen ist und man hat dabei Spaß gehabt, hat es vollkommen ausgereicht. No. No. Okay. Dann zur Strafe erklär du, um was es im vierten Film ging. Im vierten Film haben wir dann einen kleinen Buben am Start, der dann bei seinem Pap lebt. Und er ist eigentlich, macht eigentlich die coole, also der kommt zu seinem Pap, die leben getrennt seine Eltern. Und sein Pap macht dann das coole Ding, dass er mit einem Kind Weiber aufreißen möchte, so wie man es halt tut. Für was anderes sind ja kleine putzige Kinder eigentlich nicht gut, mitnehmen und Schicks aufreißen. Und der Buben hat aber Kräfte und wenn ihm irgendwas nicht passt und er dann narrisch wird, dann kann er durch Gedanken halt ebse doa und da passieren dann sozusagen wieder Silikonimplantate aus den Titten platzen, Leidenflammenaufgängen und so. War sehr amüsant, die Folge. Ja. Bis auf halt eben die Effekte, die haben sie mir ein bisschen genommen, aber jetzt nicht wirklich schlimm, weil ich fand auch der kleine Buben, der hat das ganz cool gemacht, sehr witzig. Also ich war auf jeden Fall sehr amüsiert und hab mich da, wie schon gesagt, an Pharah S erinnert gefühlt. Jo. Jo, gut. Das kann man so stehen lassen. Was hast du denn noch gesehen? Gehen wir mal noch auf einen richtig mistigen Film, der hat mich richtig genervt, das war Bliss of Evil. Okay. Hast du den gesehen? Nö. Warum nicht? Ich hab mich tatsächlich etwas erschrocken, als ich gesehen hab, wie viele Filme das sind und hab mal dann versucht, da einen Plan zu machen, wie ich das am besten dann durchschaue. Vor allem, weil wir ja ein paar Filme da drin auch schon gesehen haben, also ich zumindest, durchs Hardline. Ja. Und deswegen bin ich da immer hübsch rumgesprungen und dann hab ich mir gedacht, ja okay, jetzt entweder ich schau einen Langfilm oder ich schau vier Kurzfilme. Und ich bin dann nach der Quantität gegangen, weißt du schon? Ich bin einfach von oben nach unten durchgegangen. Ja, du bist ja crazy. Ja, Bliss of Evil hat mich richtig genervt. Die sind in so einem Aufnahmehaus drinnen und dann kommt irgendwie einer, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, wer das überhaupt war bei mir, der hat mich, ich glaube schon nach 20 Minuten mit dem Film so verloren, der sich überhaupt noch mal gescheit aufpasst hat, weil mich der richtig genervt hat und immer wieder, wenn ich mal 10 Minuten hingeschaut habe und dachte, oh Gott, ist die Scheiße immer noch nicht geworden. Bliss of Evil für mich die größte Gurke in dem Festl. Das war so ein nerviger Mistfilm. Für mich absolut, absoluter Reinfall gewesen. Was war der Originaltitel? Weil da steht der, kommt er aus, achso, aus Australien. Ja, okay, dann war das wahrscheinlich. Originaler Titel. Ich hab gedacht, da steht Austria, dabei steht da Australia. Na, und selbst wenn es einen Originaltitel geben hätte, dann hätte ich mir sicher nicht die Mühe gemacht, dass ich für den Film nachschaue, wie der Originaltitel ist. Jetzt bin ich leider raus. Okay. Ich bin leider raus. Okay. Was hast du noch gesehen? Holy Shit. Haben wir schon gehört. Beteng. Ja, dann war es das ein langer Film. Dann war es das ein langer Film. Das ist eine kurze Fixe. Ich schinde mich und arbeite und tue und mache Nächte durch, dass ich alles so schauen kann. Kurze Fix, kurze Fix. Ja, da muss man vielleicht ja auch noch, na Moment, also gell, ich werde mich hier nicht vor unserer Hörer rechtfertigen müssen. Vor wem sonst? Aber ihr müsst es schon verstehen, eigentlich wäre der Mike jetzt dabei, der wahrscheinlich alles gesehen hat. Und wir hätten uns dann da so hübsch durchgeschlängelt, aber tja. Danke Mike. Danke Mike. Mein Gott, wer hätte ja schimpfen, wenn er das hört, dass wir ihm jetzt da so hinhängen, obwohl wir wegen mir einen Tag verschoben haben mit der Aufnahme. Schauen wir mal, ob er sich anhört. Ja, genau. Ich habe mir noch Follow-Hörer angeschaut. Nein. Der hat ja, alles geholt worden, da haben wir einfach nicht geholt. Oh jeder. Der hat ja auch, da ist er glaube ich der Hauptdarsteller sogar, hat da auch Nominierung im Fright Nights gekriegt, als bester Hauptdarsteller, aber er hat einen super Job gemacht, ansonsten hat mich der Film überhaupt nicht halten können. Das war auch einer von denen, die hat mich dann sehr schnell verloren, weil das ist dann eine äußere gelangweilt hat. Er hat zwar ein paar Twists drin und coole Ideen, aber irgendwie hat er es von der Erzählerei her nicht geschafft, dass er mich bei der Stange hält. Ja, aber dann machen wir es doch anders. Dann sag doch, hast du irgendeinen Langfilm gesehen, der so richtig geil war? Zirp, zirp, zirp. Was echt? Ich habe gedacht, der super Set hat euch so gut gefallen. Nein, war ein super Set. Ich glaube, er hat ja auch einen Preis gekriegt, aber auf die Preise gehen wir später ein. Puh, der ist nur anstrengend. Der war lecker, ist der anstrengend, dieser Film. Der funktioniert, glaube ich, super als Festivalfilm, aber im Saal mit viel Leid, ein paar Bier, dann, glaube ich, funktioniert der echt und da macht der richtig Spaß. Aber allein auf der Couch, ohne Bier oder sonst irgendwelche Betäubungsmittel, funktioniert dieser Film überhaupt nicht. Das war anstrengend, das war nervig. Die ersten zehn Minuten haben wir so gedacht, cool, ein paar coole Splatter-Szenen, weil er hat sein Splatter drinnen und er hat sein Ekel drinnen, aber die Schauspieler, das Overacting von denen, puh, war leck. Nein, also ich bin dann echt, ich war so froh, als dieser Film vorbei war, ich war so froh. Aber der Mike, der hat eineinhalb Steine da hergegeben. Oh, hat er wahrscheinlich auch ganz schön gut gefallen. Ich meine, ein absolut hysterischer, nerviger Film. Ja, genau. Der Humor ist durch und durch französisch bis an die Schmerzgrenze und überschattet dabei alles andere. Ist das nicht ein Kompliment? In meinen Augen war es zum Großteil schon ein Kompliment, weil er ist halt wirklich, das ist halt absoluter Fäkalhumor die ganze Zeit. Das ist nur Assi-Schmerz und so. Und das würde vielleicht besser funktionieren, wenn dieses übersteuerte, überdrahte, nervige Overacting, von denen ich Darsteller nicht war. Vor allem der eine, einer von denen, der dann mit einer anderen was anfängt. Man weiß, von wem ich rede, wenn man den Film gesehen hat. Der Typ nervt, der macht die ganze Zeit Ziegengeräusche und war einfach allein, den seine Mimik die ganze Zeit. Also, wie gesagt, allein, den, wenn ihr euch anschaut, dann bitte nur mit fünf Freunden und jeder mindestens fünf Holbe, dann glaube ich, kann der Spaß machen. Aber allein, nüchtern auf der Couch, niemals, das dürft ihr nicht tun. Dürft ihr nicht tun, das ist Selbstgeißelung. Frage, das Z, bei dem Super Z, steht das für Zombie? Ja. Boah, okay. Ja, du bist der Merz. Dann habe ich ja schon sämtliche Rätsel gelöst. Fast, ja. Und den letzten Langfilm, den ich noch gesehen habe, den ich mir ausgesucht habe, weil er auch einen Preis gewonnen hat, und zwar für die beste Mutilation-Scene im Fright Night, war Snowblinded. Und? Welch klasse. Da schaust du eineinhalb Stunden lang zwei Leute zu, die im Schnee durch den Wald laufen. Irgendwann ist einer, die letzte halbe Stunde, ist einer da von Knockout, also der läuft dann allein durch den Wald, knockout, wichst einmal am Baum. So ein Klassiker, was du tust, wenn du mit einem Spätzle im Wald unterwegs bist. Wir haben es normalerweise miteinander gemacht, wenn wir zu zweit waren, weißt du es eh, holländisches Ruderboot. Das ist überhaupt nicht schwul, weil wir im Fest keinen anderen Schwanz haben. Nein, ich habe mir den eben angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt noch so einen richtigen Splatter-Humming sehen, und wenn ich dann sehe, Preis für Best Mutilation sind, dann denke ich mir, geil Leute, das wird's. Und die zwei, also es sind zwei Szenen dabei und die waren ja krass, also das war schon nicht schlecht, so mit Schellei hauen und dann das Hirn ausessen und sich selber halten und so ein Zeug. Aber bei eineinhalb Stunden sind diese zwei Szenen die ungefähr eineinhalb Minuten ausmachen, halt einfach zu wenig. Der Rest ist nur so psycho. Nein, war auch nichts, das ist auch nichts für mich allein gewesen. Das hat mich auch am falschen Fuß erwischt, sage ich mal, der Film. Ja, dann schwenken wir nochmal um zu den Kurzfilmen, weil ich glaube, da war ja doch das eine oder andere dabei, was viel Potenzial gehabt hat. Kurzfilme hat uns ein bisschen was gegeben, ja. Ja. Verzeih, jetzt mach du mich wieder, weil ich habe mir jetzt eh schon den Munddrucker geschmeitzt. Dann möchte ich gerne mal wieder mit einem Kurzfilm anfangen, über den wir auch schon mal im Hardline geredet haben, der auch einen Preis gewonnen hat, aber wie schon gesagt, da gehen wir später noch kurz drauf ein, über Oh, da werden wir auch hoffentlich bald, wenn der komische Cutter von uns mal dazu kommt, das Interview mit dem Regisseur rausbringen. Grüße an Dominik, gratulieren. Gratulieren, genau. Wiederholten, bepreist werden. Und natürlich verdienten mal. Schon. Ich habe einmal gesehen, Vorurteile. Den habe ich nicht gesehen. Der deutsche Film oder der österreichische Film Vorurteile, wo es, ja, wie soll es anders sein, da darum geht. Man steigt in diesen Film ein und denkt sich, boll, der hat jemanden umgebracht, der hat schon eine und der sucht dann die ganze Freie und sagt dann so, jetzt komm, sag, wo ist's? Dann sagt er, ja, die ist nicht da. Dann sagt sie, ja, doch. Die, die nämlich seine Frau gerade sucht, die vermeintlich umgebracht wurde, ist Polizistin und geht dann diesem vermeintlichen Mord nach und, tja, das Ganze endet natürlich blutig. Und der Film würde nicht Vorurteile heißen, wenn er nicht einen entsprechenden Twist mit drin hätte. Ich fand ihn gut. Er war mir gerade zum Ende hin ein bisschen zu lang. Da hätten es ruhig ein paar Sekunden wegschneiden können, weil ich glaube, dann hätte es ja voll besser gewirkt, weil, sagen wir mal, die Auflösungsszene, das ist schon sehr häufiges Rumhüpfen mit, also, ich hab mir gedacht, okay, die haben da das komplette Filmmaterial, was sie gehabt haben, einfach dann nochmal mit reinpresst, weil sie gesagt haben, jetzt sind wir ja erst bis 17 Minuten. Ach, okay, machen wir nur mit drei zusätzlich. Ja, wir sind doch am Ende. Jetzt, egal, hau eine. Ich will die 20 haben. Genau, der Schluss, der vermisst nochmal so ein bisschen, aber an und für sich ganz cool gemacht. Es sind ein paar Szenen drin, wo ich mir denke, ob man jetzt als Polizistin wirklich ihre Polizei-Utensilien so säuberlich akkurat auf ihre Kommode hier legt, und zwar so, dass der Ausweis daneben die Taschenlampe, daneben, weiß ich nicht, der Hut und dann daneben die Waffe, aber halt wirklich so, immer mit Abstand, so ganz normal, also wenn sie das jeden Tag so herrichten würde, hab ich mir gedacht, naja. Ja, wenn du einen inneren Autisten hast. Achso. Ja, das ist wie, dass Radio immer auf eine gerade oder ungerade Zahl stehen müssen. Nein, aber ansonsten haben sie die zwei Hauptdarsteller sehr gut gemacht, und wie schon gesagt, hab ich Spaß dabei gehabt. Das ist schön, den hab ich, wie gesagt, leider nicht gesehen, aber hol ich auch noch noch, wenn ich ihn noch dazugehme. Keine Ahnung, was hast du denn du gesehen am Kurzfilm, he? Wechseln wir uns ab, das ist der Fallschule. Genau, ja. Über den Incubus gesehen, oder Incubus, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Mhm. Der war ganz cool, das ist ein britischer Film, und man beobachtet so eine Dame, die auf so einem Boot ist und da, glaube ich, wohnt, und die wird von Epsheim gesucht. Und der war sehr spannend, der war sehr düster und das Creature-Design war richtig cool, der hat mir richtig gut gefallen. Auf eine Viertelstunde, schön knackig präsentiert, kann ich nur empfehlen, also der ist sehr, sehr stark gewesen. Ja, sowas mögen wir, gell? Sowas mögen wir auf alle Fälle. Vor allem, wenn es cooles Creature-Design gibt, da bin ich immer am Stand. Dann, wenn du von oben her vielleicht angefangen hast, hast du auch, wie ich, Bloody Hangover gesehen. Den hab ich auch gesehen, ja. Ja, den argentinischen, was war's denn, Vampire, oder? Waren das Vampire? Ja, ja. Da kann ich mich ein bisschen erinnern an, wie sie es ausgeschaut haben. Genau, argentinischen Vampirfilm, und der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Mal wieder was anderes, ein bisschen so anfänglich mit Fan-Footage, und dann machen wir da einmal wieder einen Break. Fand ich ganz, ganz nett. Der war spaßig für Zwischendrin, ja. Ein Hund kommt vor. Was auch? Ein Hund kommt vor. Stimmt, ein Hund kommt vor. Genau, ein Hund ist dabei, und war ein gemütlicher Film für Zwischendrin mit seinen 10 Minuten. Kann man sich nicht beschweren, da hat man nichts verkehrt gemacht bei dem. Ja, genau. Hast du, warte mal, wie heißt der? Part Forever. Jetzt wollte ich schon sagen Part Together, aber du hast Part Forever gesehen. No. No, nicht einmal im Hotline. No. Tja, Isho. Ein taiwanesischer Film, wo es um eine tote Dame geht und ihre Schwester, die ihr nachtrauert und dadurch ziemlich verrückte Sachen durchmacht. Und der Kurzfilm ist mehrfach ausgezeichnet, ist schon auf diversen Festivals gelaufen und auf jeden Fall einen Anblick wert. Ich finde aber, er ist auch etwas verstörend. Also zumindest, ich habe mir dann damals gedacht, huiuiui, das ist mal wieder völlig zurecht im Hotline, weil ich jetzt gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Aber ja, hier war wieder nett, um zu schauen und daher, wenn ihr die Chance habt, Part Forever zu sehen, dann macht ihr das. Das ist mir gut gesagt mit der Chance, weil es echt traurig ist, dass einige von diesen geilen Kurzfilmen einfach irgendwo untergehen und wenn man Glück hat, bringt der Regisseur vielleicht irgendwann mal einen kompletten Feature-Film raus und man hat ihn da dann als Bonusmaterial auf der DVD drauf. Aber ansonsten hast du immer relativ seltene Möglichkeiten, dass du die Filme nochmal irgendwo sechst. Na gut, ich glaube, dass der wahrscheinlich schon irgendwo nochmal auf einer Plattform auftaucht. Hoffentlich, ja. Vimeo ist oft immer nur so eine Anlaufstelle, wenn sie da was machen, aber leider, wie gesagt, kriegen die oftmals zu wenig Aufmerksamkeit. Wie schaut es denn aus mit 665 bzw. 665? Hast du den gesehen? Nein, leider noch nicht. Die möchte ich auch unbedingt noch, also nach dem Aufnehmer, die wollte man vor der Aufnahme noch anschauen und dann habe ich es nicht mehr geschafft, aber die möchte ich mir nach der Aufnahme noch einbauen. Ja, also jeder, der zählen kann und 665 plus 1 zählen kann, der vermutet schon, was da passiert. Auch mit Zweck. Und es geht um eine schwangere Frau, einen Priester, ein ziemlich abgedrehter Raum und 10 Minuten voller Schrecken. Sehr schön. Genau. Einen guten Schrecken, also war der auch gut dann? Hat mir gut gefallen. Auch den kenne ich bereits schon aus dem Hardline. Und ja, Kani, schau dir den noch an, wenn du die Chance dazu hast. Die waren aber dann im zweiten Hardline Kurzfilmblock, oder? Ja. Weil den ersten habe ich gesehen. Wo war denn die bei dem zweiten? Wahrscheinlich online irgendwo anders. Weil die haben online gesehen. Also bei dem zweiten Kurzfilmblock, da waren wir ja fleißig die Deep Red Radio Kumpels betrinken. Stimmt. Da waren wir stark am Getränk. Das war, ja. Danke Tobi und Bendikt. Ja, nein, 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 ja, genau. Wegen euch zwei haben wir den zweiten Kurzfilmblock versammelt. Ja, ja, du hast gesagt, nein, das haben wir jetzt nicht. Halt doch dein Maul, kein weiteres Wort. Kiempf eine Zeit weiter, was hast du denn sonst noch gesehen? Ja, ich habe zu tief ins Glas eingeschaut. Hast du Stuck angeschaut? Nein. Aus Italien, wirklich acht Minuten, zieht eine Dame in ein Haus ein, ist um am Speicher und lässt aus Versehen einen Dämon frei. Wie ist da halt oft so passiert, wenn du in ein Haus ein ziehst. Hat eine Szene dabei gehabt, dass man Eis gehört über dem Pugel, aber gelaufen, das war es aber für mich auch schon, was ich mir diese acht Minuten bieten haben können. Das ist relativ schnell vorbei gewesen, dass mich der gruselt hat. Okay. Aber die eine Szene, die war echt mega gruselig. Also das war so ein Ding, wo ich mir dachte, beidels mehr zu haben, wenn ich daran denke. Aber ja, wie gesagt, leider danach zu schnell verloren. Ein weiterer Kurzfilm, den ich dann noch gesehen habe, war The Portrait. Und der hat mir schon gefallen, obwohl er total abgedraht irgendwie war. Ein Maler im, weiß ich nicht, Ende des 18. Jahrhunderts oder so, sperrt sich mit einer Toten ein, um die ein letztes Mal zu malen, weil draußen, also wirklich auf eine Leinwand zu malen. Draußen hämmern die Leute gegen die Türen und sagen, du bist ja verrückt und nur du bist morgen, gell. Und dann holen wir es aber. Und er ist dann so in Ekstase dabei, dieses Bild zu malen, dass die Frau wieder lebendig wird. Und das eine führt zum anderen. Die beiden haben leidenschaftlichen Sex. Und am nächsten Morgen merkt er dann, puh, war vielleicht doch eine Vision. Ja, leider nicht für die Leiche. Das ist nicht so cool. Aber jeder war so wohlstand, oder? Das könnte man so sagen, ja. Sagen wir mal, er hat dann am Ende gar nicht mehr so viel Metora zum Tor gehabt, aber war natürlich dann etwas stockierend. Aber sehr leidenschaftliche und, wie ich empfunden habe, sehr sinnliche Sexszenen, die da zu sehen waren. Ich habe kurz mal geschaut, ob ich schon noch auf der richtigen Seite war, aber ja. Und von dem her, ja, der Porträt hat mir schon gefallen. Ah, schön. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Werde ich mir auch noch anschauen. Nach der Aufnahme habe ich mir vorgenommen, die restlichen Kunstfilme heute noch zum Ballern. Und die zwei langen Filme, die mir noch fehlen, werde ich mir morgen noch einbauen. Alles klar. Hast du How to Disappear angeschaut? Nein. Hast du was versammt? Coole, britische, schwarze Komödie gewesen. Viertelstunde ungefähr Laufzeit. Und wir beobachten die Nina. Die, ja, sie möchte eigentlich so komplett verschwinden, bis sie aber rausfindet, dass sie doch noch ein bisschen Kontakt zu Leid möchte. Aber gerade auf eine bestimmte Form. Und halt, diese Form nennt sich Morden. Und dann schaust du eigentlich so eine Viertelstunde zu, wie es halt auf verschiedene Arten und Weisen Leute um die Ecke bringt. Hat dann einmal noch so einen coolen Funny Games Moment mit drin. Der hat Spaß gemacht. Das ist eine schöne 15 Minuten Unterhaltung gewesen. Die kann ich empfehlen. Und war mit einem Papier ganz lustig. Ein Viertelstunde. Mal schauen, wie viel man das schafft. Was hast du denn sonst noch gesehen an Kurzfilmen? Leopard Heels. Der war sehr cool. Da geht es auch um eine Dame, die geht zum Vorstellungsgespräch. Und es ist von Anfang an eine ganz komische Stimmung. Die Empfangsdame ist sau unfreundlich. Sie kommt dann zu dem Typen, der sie da interviewen wird. Eine, der hört überhaupt nicht zu. Man merkt halt, dass es nur Mustert und nur für den Körper praktisch die ganze Zeit stört. Und ihr ist dann sehr unangenehm. Und ihr gegenüber. Und sie geht dann. Und auf einmal ist die Firma nicht mehr so, wie es davor war. Sondern es ist so Silent Hill mäßig, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man gesehen hat, dann weiß man, was man meint. Und ja, das war cool. Von zwölf Minuten aus England. Der war sehr cool. Der hat mir Spaß gemacht. Und hat am Ende dann auch noch so ein kleines, ah okay, cool. So ein kleiner cool Moment drinnen. Aber das heißt, das spielt gar nicht in einem Zoo, oder was? Nein, nein. Es geht nicht um Leoparden in Heichels. Oh Mann. Und dann habe ich noch den My Castle, My Home angeschaut. Hast du den vielleicht auch gesehen? Nein, nein, nein. Okay, auf alle Fälle My Castle, My Home, portugiesischer, kurz vor mir mit 15 Minuten. War cool, geht um einen Buben. So wie ich das interpretiert habe, geht es da ein bisschen um Leistungsdruck für ihn. Er spielt Tennis und also meine freie Interpretation war jetzt eben das, dass er seiner, die Anforderung von seinem Mann nicht gerecht wird und die von seinem Trainer nicht gerecht wird und sich selber da so unter Druck setzt. Und das wird dann so dargestellt, dass er in seinem Haus dann gefangen ist. Aus seiner Hände wächst der Tennisschläger. Er wird vom Wesen mit Tennisschläger verfolgt und vom Trainer und seiner Mann muss er irgendwie finden und erreichen. Das war cool, vor allem mit dem, wenn er mit dem Tennisschläger oder so ein bisschen aus der Hände ausgewächst. Der hat mir sehr gut gefallen. Okay. Das war es dann an Kurzfilmen, die ich gesehen habe, bis auf einen, den hebe ich mir noch auf, bis du mir sagst, welchen, dass du jetzt auf den Kopf hast. Warum betteln wir uns dann oder was? Ja, aber hallo. Sankt Augustin. Ah, okay. Ein kleiner Vampir-Kurzfilm über zwei Vampire, die sich lieben und die miteinander durch die Gezeiten gehen und er dauert 15 Minuten. Er fängt sehr stark an, wie ich finde, weil mir da die Inszenierung sehr gut gefallen hat und ich mir dann gedacht habe, hui, hoffentlich geht es dann so richtig zur Sache. Es gibt ein paar eckige Momente, wo sie dann irgendwelche Tauben verspeisen oder so voller Blut und was weiß ich, aber es ist jetzt nie so, dass man sagt, wow, da habe ich ja noch nie so etwas Gruseliges gesehen und ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Es ist auch wieder so einer, der, glaube ich, einfach sinnlich rüberkommen soll und ich glaube, für die Zielgruppe schafft er es auch. Als Horror-Kurzfilm würde ich den allerdings nicht betiteln. Stell sie nur raus, ich schaue mir noch. Tu das, tu das. Er dauert aber 15 Minuten und sag dann bitte nicht, warum hast du das nicht gesagt? Du bist sau. Genau. Was ich noch, der letzte Kurzfilm, den ich da noch gesehen habe, war Ask Me A Question und das ist auch ein britischer Film, der dauert eine ganze halbe Stunde. Ich habe gar nicht gewusst, wann ich das unterbringen soll, aber ich habe es durchgesungen. Da geht es um eine Welt, die von den sozialen Medien regiert wird und da hast du gewisse Regeln und wenn du die brichst, kommst du in so eine Spur hinein und dann schauen deine User da praktisch zu und du kriegst von den User dann ausgewählte Fragen, die musst du beantworten, hast eine gewisse Anzahl an Anschlägen, also an Buchstaben praktisch, wie bei Twitter, zur Verfügung für ihre Antwort und dann stimmen die ab, ob das befriedigend ist oder nicht und wenn es nicht befriedigend ist, dann kriegst du eine Strafe und da hast du dann zwei Charaktere gegenübergestellt oder an den Rücken gefesselt und der trifft da so den Nerv der Zeit gerade, weil das eine ist eine schwarze lesbische Dame, die halt dafür kämpft für Gleichstellung und dass eben die weiße Vorherschaft, sage ich jetzt einfach mal, immer das Problem war und die halt immer am Leichtang gehabt haben und ihr gegenüber oder an ihrem Rücken gebunden ist so der weiße Hetero-Mit-30er, Mike, nein überhaupt nicht, der Mike ist nicht so, der halt da im Internet, jeder kennt es vor allem in Zeiten von Ski-Hulk, kennt man diese ganzen Arschlöcher, die es halt da aufführen, weil Frauen im Mittelpunkt stehen, weil Schwarze im Mittelpunkt stehen, weil nicht-Hetro-Leute im Mittelpunkt stehen und er fühlt sich eben da, er ist kein Rassist und er ist homophob und er ist frauenfeindlich, aber, dann kommt halt dann immer das große Aber bei einem hinten dran und ja, die beiden müssen sich halt vorher in eine Follower rechtfertigen, um aus dem Spiel lebend rauszukommen und das war, wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich eben auch, wenn ich den Zeitgeist gerade so gut getroffen habe, durch diese ganzen Scheiß-Diskussionen im Internet, durch diese ganzen Arschlöcher, fand ich den halt sehr stark und cool umgesetzt, nicht nicht so unterschwellig, sondern halt einfach so Baum in die Fresse, genau so Satzis und fertig. Das war richtig geil. Das einzige Manko bei dem war, das ist mir irgendwie aufgefallen bei Faye von diesen Filmen im Fright Nights, dass die eben ziemlich low-budget sind, aber das ist ja in der Regel nicht das Problem, aber dann immer meinen, sie müssen mit Computer-Effekten rumhantieren und vor allem bei diesem Ask Me A Question war es völlig, da ist ein Effekt dabei und der war so völlig unnötig, das hätte ich ganz anders darstellen können und habe ich nicht verstanden, warum sie das gemacht haben, aber gut, am Ende ist es eher noch Leben, während du bist, trotzdem war das ein ganz, ganz starker Film. Musst du auf alle Fälle noch anschauen, wenn du da noch dazukommst. Ja, klingt cool. Also hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen meinen Geschmack getroffen mit, wie er spielt ein Spiel. Ich erinnere mich ein bisschen an so, aber so vor allem das Intro dann. Ja, und da wir ja auch vorhin schon angekündigt haben, wir wollen ja dann natürlich auch kurz über den Preis des Festivals reden oder die Preise, weil es gibt verschiedene Kategorien und man kann seit 2005, glaube ich, gibt es das Festival, seit 2006 ist es eben so ein bisschen ein Wettbewerb und da kann man die silberne Hand gewinnen. Denn jeweils zwei silberne Hände gingen an unsere lieben Freunde von Ach du Scheiße und von Oh an den Lukas und an den Dominik. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Eigentlich ja sogar vier, muss ich sagen, weil Ach du Scheiße hat ja als bester Feature-Film gewonnen und der Thomas Niehaus hat ja als bester Hauptdarsteller den Preis gewonnen. Genau, das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, jeweils zwei. Ach, jeweils zwei, dieses jeweils will ich her. Also zwei plus zwei ist vier. Dann bitte film uns um Entschuldigung. Entschuldigung. So, rechne jetzt mal aus. Halt doch jetzt dein Maul. 665 plus eins ist was? Ich schluck dir scheinbar, ich sag's dir. Ja, ich wix die und dein Hund. Wow, 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 okay. Jetzt wird's, jetzt wird's hier zu viel, gell? Jetzt wird's richtig, jetzt geht's hier ab. Ja, aber auf alle Fälle von mir auch und von Maik natürlich auch nochmal Glückwünsche an den Dominik, an den Lukas, an den Thomas und an die Nadine Scheidegger, die eben auch für ihre Darstellung in O als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Genau, ihr werdet es jetzt gerade einfach nur spüren, weil wir verneigen uns natürlich. Ja, und ansonsten. Gib mir den Kopf, gib das Mikro, hauen, ich weiß nicht, ob man das hört. Ansonsten hat auch, glaube ich, Ask Me Question einen Award gewonnen. Genau, der hat den Jury-Award noch gekriegt, das war auch der Grund, warum ich ihn mir dann noch unbedingt anschauen wollte, weil man gedacht hat, ich möchte auf alle Fälle alle Preisträger gesehen haben zur Aufnahme. Und ja, bei Ask Me Question, in meinen Augen auch zurecht nochmal einen Preis mitgenommen und ich bin auch ganz froh, dass ich mir den noch angeschaut habe. Ja, und der mit der größten Verstümmelung gesehen, hast du ja vorhin schon gesagt. Genau, der Snowblinded hat noch die Best Mutilation Scene Award gekriegt. Und auch der Super Z hat einen Award bekommen. Ich weiß gar nicht, was du überhaupt gehabt hast, weil er hat den wunderbaren Trash Award bekommen. Ja, wie gesagt, das glaube ich schon, wenn man den im Saal mit mehreren Leuten und mit ein bisschen einem Pegel anschaut, dann glaube ich, dass der Trash-Unterhaltung bietet, die Spaß macht, aber eben nicht allein auf der Couch, völlig vereinsamt und verwahrlost, da funktioniert er leider nicht. Ja. Aber trotzdem, Gratulation an alle. Das ist bei dir halt immer das Ding, du bist so gut wie fast nie allein und deswegen ist dir das halt auch äußerst wieder, wenn du die Alorenfilme schauen musst. Und das auch ohne Alkohol. Das ist ganz schlimm. Ja, das ist eh selten. Und dann, wenn es vorkommt, schaue ich mir gerade das Super Z an. Ei, ei, ei. Ach, du bist ja der Letzte. Ja, ja. Aber auf jeden Fall nicht das Letzte war Fright Nights. Also wie schon gesagt, ich habe Spaß gehabt bei einigen Filmen, bei einigen nicht, aber ich kann da immer ganz viel abgewinnen, wenn man auch mal Amateurfilmchen, die Bühne eines Kinos bietet. Ich meine, wie vieler der Movie-Version war schon im Kino und das ist ja noch live und in Farbe. Die war richtig geil. Ja. Das können wir eigentlich mal wieder machen, oder? Das können wir eigentlich mal wieder machen, ja. 150 Folgen haben wir jetzt schon wieder draus. Passt. Mit zwischendrin einer Live-Folge. Genau. Irgendwo können wir mal machen. Aber bevor wir weiter auf das eingehen, Corby, was war denn dann dein persönliches Highlight und deine persönlichste Gurke aus den Fright Nights? Also mein persönliches Highlight neben unseren altbekannten Filmen war EBS. Das hat mir schon gefallen. So die spanische Version, oder? War es spanisch? Nein, Chile, oder? Chile. Chile, glaube ich. EBS ist, glaube ich, Chile gewesen, ja. Wie spricht man das richtig aus? Chilentische. Das Chilentische, pardon zu VHS, hat mir gut gefallen. Und ansonsten Flop. Mei, ich glaube, wie schon gesagt, das ist halt jetzt dem geschuldet, dass wir das alles größtenteils im Stream gesehen haben. Ich glaube, dass das auf einer Leinwand dann schon mal etwas anders wirkt. Aber ich muss sagen, Shifted war für mich so die größte Enttäuschung, weil der Film mich einfach irgendwann total verliert. Ja, kann ich auch verstehen. Ja. Das kann ich auch verstehen. Ja, bei mir, mein Highlight, ich habe es auch so gemacht wie du, dass ich sage, ach du scheißt jetzt nicht, weil den haben wir schon zu Genüge angepriesen, genauso wie auch. Darum habe ich mir ein neuer ausgesucht. Und bei mir ist es auch EBS geworden. Also ich fand EBS den besten Langfilm, den ich gesehen habe. Und meine Obergurke, damit ich nicht das gleiche sage wie du, weil sie dann nämlich shiftet und Bliss of Evil die Waage halten, nehme ich dann Bliss of Evil. Das war für mich die Obergurke aus dem Festl. Okay. Das war die, ja, grausam. Das war zum Leidjärgern. Ja, wahrscheinlich. Oder, wie schon gesagt, also ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn es halt dann Festivals gibt, wo man einmal Amateurfilmchen da in die Bühne bietet. Ja, lobo. Aber dann Gscheite bitte. Und nicht ein Bliss of Evil, das wir abhauen. Ai, ai, ai. Hättest du ja nicht ausschauen müssen. Ja, weil ich alles ausschauen. Ja, dann. Nein, aber ja, das war's an Zeug, das wir gehabt haben. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr vielleicht persönlich vor Ort sein können, weil weit weg war es ja nicht. Wir sind ja gleich unsere Nachbarn. Und ich hätte auf alle Fälle Bock drauf und freue mich auf nächstes Jahr. Und fand es eben cool, dass ihr uns da die Möglichkeit gegeben habt, dass wir da ein zuschauen, machen wir jederzeit wieder gern. Außer es sagt ja zwar leckeres, habt ihr ein paar von unseren Filmen so abgesagelt, das kennt ihr uns mit Kreuz, was ist das Idiot? Dann tut es mir leid, aber sucht jetzt nicht mehr bessere Filme aus. Wie schon des Öfteren gesagt, ich finde es cool, ich finde auch das Prinzip cool mit der silbernen Hand. Da vielleicht auch noch kurz für alle, die das Fright Nights nicht kennen, die silberne Hand wird jedes Jahr von einem neuen Künstler gestaltet, also die Trophäe, und geht dann eben an die Gewinner und die von dem Jahr schaut auch ziemlich freaky aus und ziemlich cool, würde ich mir auch auf meinen Nachttischchen stellen. Ich hätte gerne noch eine für den besten Podcast. Ich möchte nämlich auch eine Gewinner und das ist ja ganz klar, dass wir die Gewinner hätten. Ja dann, liebes Fright Nights, ihr habt ja noch gar keine Medienpartner, dann hier, wir würden uns zur Verfügung stellen. Jetzt haben wir eher nur eine Stunde über ein Liebesfestival aufgenommen. Ansonsten, für alle, die das heute zum ersten Mal gehört haben und sie inspirieren lassen konnten über diverse Kurzfilmchen und Langfilmchen, die wir hier beschrieben haben, dankt's dem Fright Nights, dankt's nicht uns. Ja, dankt's uns schon auch. Ja, gut, dann dankt's uns aber nicht der Mike. Nein, Mike nicht. Die faule Wutzer hat sich halt für mich sauber aus der Fähre gezogen. Dank an das Fright Nights, dank an unsere Hörer. Korb, was dürfen unsere Hörer wieder mal machen? Wir haben ja da so ein kleines Online-Angebot namens Steady, da kann man ja dann unsere Pakete buchen und ab ein paar Paketen gibt's dann sogar richtig geile exklusive Folgen und die müsst ihr euch mal anhören. Also da sind Sachen drin von Comic-Verfilmungen, da sind Tipps drin zur Nachhaltigkeit. Ihr könnt euch ja auch schon mal einen Vorgeschmack holen bei unserer besten, also wie ich finde, beste Folge über Geschlechtsverkehr, die es überhaupt im Internet gibt. Sex in Homeoffice mit mir und meinem Kani. Also ihr habt da nicht Sex mit mir und meinem Kani, sondern wir reden doch noch drüber, okay? Wir können aber drüber reden, wenn es ist, weil es... Das Paket, das haben wir noch nicht geschnürt, das kommt vielleicht erst noch. Aber ansonsten, wie immer, uns Ohern teilen, liken, kommentieren. Wir haben mittlerweile auch schon die ein oder andere Community-Wunsch-Folge erstellt. Da dürft ihr euch natürlich auch was wünschen und da freuen wir uns dann auch drauf. Und ja, Kani, habe ich irgendwas vergessen? Ja, wenn ihr... Es ist ja jetzt schon Mitte Oktober, es geht langsam Richtung Weihnachten. Ihr könnt so Steady-Pakete übrigens auch verschenken, also damit es heute nicht wieder kurz verknappt wird, macht es doch gleich ein Abo-Geschenk, weil jeder sollte in den Genuss von Vivalermovilusion kommen. Und wenn man es sich nicht leisten kann, dann verschenkt es doch. Also wenn andere sich das nicht leisten, dann verschenkt es ihr das. Genau, dann schenkt es denen, denen Ohrenschlucker, schenkt es ihnen ein Abo von Vivalermovilusion und sagt es, eure Armut kotzt mich an und jetzt hat herzlich gefälligst Vivalermovilusion an. Sehr schön, sehr schön. Ja, und mit diesen wunderbaren Weihnachtsgedanken wollen wir euch jetzt in den weiteren Verlauf des Tages entlassen und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nee, von Pasching? Wahrscheinlich ja von Pasching. Die haben ja von Vigepartner. Ja, stimmt. Macht's gut. Ciao. Adieu. Bis zum nächsten Mal. Ich bin echt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. INGAZINA